Ich werde eine Brücke brauchen und wir werden dafür erstmal einen Feldweg brauchen. Den machen wir jetzt erstmal hier hin. Dann können wir den Feldweg bis dahin ziehen. Nein, eine Universalkarte brauche ich dafür gar nicht. Und dann machen wir hier hin und dann hier rüber. Das ist eine tolle Sache. Und dann da dran und dann knüpfen wir das da an. Und dann können wir da erstmal ein bisschen Lagerplatz hin machen. Dann marschieren wir hier runter und knüpfen das hier an. Oh, das war irgendwie sehr übermütig. Aber egal. Jetzt wird die ganze Sache ja gebaut. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Wahrscheinlich. Die müssen jetzt erstmal losrennen. Und Holz fällen. Und Steine weg machen wahrscheinlich. Und was nicht alles auf der Fläche rumkaspert, auf der mein Lager stehen soll. Und wenn es dann richtig gut läuft, dann können wir hier daneben direkt noch ein zweites Lager ziehen. Und jetzt wird es wieder Winter. Holz nimmt ein bisschen ab. Na, das mit der Keramik, das ist noch nicht so richtig gut angelaufen. Aber wir haben ziemlich viele Ziele. Das ist Wahnsinn. So, das können wir auf die Mittelaltersstufe verbessern. Dann machen wir noch das und das. Und das können wir hier auch machen. So. Jetzt ist dann auch vielleicht die Sache mit dem Töpfer nicht mehr so schlimm. Ja, wir haben immerhin so ein bisschen, oh, ich glaube hier. Ich glaube hier kann man dann schon, dann so teils die Auswirkungen des Ganzen sehen. Ich glaube das Haus dürfte Stufe 4 sein, ja. Und das da hinten ist noch Stufe 3. Da passen jetzt 5 rein und, naja, passen überall 5 rein. Oh, hier sind sogar noch 0 drin. Ich habe sogar noch Unbewohnte. Wir könnten natürlich jetzt noch, ähm, Einwanderer reinlassen. Aber unser, guck mal, unser Weizen geht da hin. Ich fürchte ja fast, dass wir ein bisschen mehr Weizen brauchen. Irgendwie. Sollten wir mal gucken, wie das mit der Lagerfläche aussieht. Ah, Lagerfläche ist jetzt da. Das ist, wir machen da direkt noch ein bisschen. Da hat gar keine, oh, das geht nicht. Okay. Kann ich nicht hier, nee, geht nicht. Okay. Dann, was können wir denn hier machen? Oh, 3 Anwanderer, ja, akzeptiert. Äh, Zufriedenheit, ja. Du merkst, lächelt. Schreine, welche von den Vorfahren erbaut wurden, geben jeden, jeden Weisheit, die diese suchen. Ich habe das nicht verstanden. Oder verstehe ich es noch nicht. Aber, hey. Ja, unser Weizen. Unser Weizen macht komische Sachen. Wir sollten vielleicht über noch mehr Felder nachdenken. Ich hätte da, ich hätte da eine Vorgehensweise, die ich vielleicht ganz praktikabel finde. Wir machen das so. Schütteln das hier hin. Und dann machen wir eben halt hier. Hier, warte mal. Äh. Hier. Auf eine 6er Breite und dann einfach durchziehen. Bis hier hin. Und dann mal Reizen drauf. Naja, für Bio, ist ja klar. Für Bio und zum Essen. Und dann machen wir als nächstes noch. Was haben wir hier? Wir haben jetzt auch Lagerfläche, das ist toll. Können wir noch mehr Lagerfläche anlegen? Ich hätte gerne noch mehr Lagerfläche. Mal eine Lagerfläche. Das machen wir. Und dann müssen wir, nee, erforschen kann ich gerade nichts, weil Erforschung ist, ähm. Erforschung ist weg. Da müssen wir jetzt mal abwarten. Da müssen wir jetzt abwarten. Ah ja, die machen das alles jetzt da rein. Das ist eigentlich ganz schön. Aber das mit dem Weizen, wie gesagt, da müssen wir in der Tat ein bisschen gucken. Keramik ist auch nicht, ähm. Keramik kommt auch nicht schnell genug nach. Töpfer und so langsam. Eine Eingabe. Achso, da fehlt wahrscheinlich das Ausgangsmaterial. Könnten hier 5 machen. Weiß nicht, ob ich genug, ähm. Arbeiter bekomme. Ah, der Technologiebaum ist fertig. Das ist schön. Äh, also ich meine. Aber wir könnten die Bibliothek erforschen. Weil. Das gibt in der Nähe der Gebäude. Äh, mehr, ähm. Technologiepunkte. So, ein bisschen Weizen ist noch da. Das ist auch ein bisschen gut. Kann man eigentlich die Felder irgendwie upgraden? Nö, Felder kann sie nicht upgraden. So, da ist dann auch verbessert. Das ist toll. Dann machen wir hier mal ein bisschen Landwirtschaftskram. Ja, die Bibliothek würde ich gern kaufen. Kann ich die hier zufällig reinquetschen? Oh, das kann ich sogar da reinquetschen. Das ist super. Das ist super. Geht hier was? Nein. So, dann gucken wir mal. Was macht denn das? Eine Handelsgesellschaft. Wir könnten die Eisenverarbeitung erforschen. Das hat nämlich zur Folge, dass wir auch einen Schneider machen können. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich auch Schafe. Glaube ich. Kann ich Schafe schon? Ja, Schafe kann ich. Dann machen wir mal den Schneider. Ich weiß nicht. Möchten sie Eisenschmelze? Nein, Eisenschmelze möchte ich gerade nicht kaufen. Ich überlege gerade, wo ich wenn einen Schneider hinstellen würde. Das könnte man auch hier auf die Seite machen. Die Schafe. Wir gucken mal. Eine Universalkarte habe ich ja. Schweinefarm. Ja, das müssen wir dann vielleicht auch nochmal bauen. Aber Schafe geben, glaube ich, auch Essen. Schafe. So. Wir machen da ein bisschen Abstand. Warte mal. Erstmal. Werden wir hier mal eine Straße langlegen. Ja, mach mal Landwirtschaft. Schneiderkarte. Kannst du wegen mir auch kaufen. Aber Technologiebaum. Achso, das ist die ersten Verwässerungsstufen. Die gehen ja relativ schnell. Wo ist jetzt meine Schafarm? Achso, das war ja hier. Schafe. So, pass auf. Wir machen jetzt hier. Meine Schafarm. Ja, ich weiß, dass das Haus zu weit entfernt ist. Das ist mir schon klar. Deshalb kommt das Haus hier auch direkt nebendran. Das ist ja, das ist in der Sache. So, und dann können wir das hier runterlegen. Dann können wir das da runterlegen. So, dann können wir da die Motivation und die Nachhaltigkeit reinmachen. Weiß ich nicht, ob man das braucht. Weiter geht's. Jetzt dauert es schon drei Minuten. Der Laden ist auch gleich wieder voll. Haben sie jetzt auch das zweite Feld angebaut? Keine Ahnung. Die Arbeitsmoral ist hier sehr gering. Ja, weiß ich nicht. Soll nicht rumheulen. Ja. Können hier auch nicht unendlich viele Schweinefarmen hinstellen. Äh, Schaf haben. Das wird nicht gehen. Also, überhaupt nicht. Ob meine Technik da so so gut ist. Ja. Landwirtschaft, das macht, glaube ich, die Produktivität. Oh, unser Werkzeug geht aus. Sehe ich. Wenig Werkzeug. Ah. Was machen wir da? Da kann ich nicht so viel machen. Ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass wir... Ne, Steine liegt es nicht dran. Es liegt dran, dass das Werkzeug zu lange braucht. Okay. Das heißt, wir brauchen noch mehr Steinwerkzeug. Fabriken. Wir müssen mal gucken, wo wir die Uhr bringen. Hier nicht. Jetzt ist erst mal Autospeichern angesagt. Kann ich das hier... Ne, hier geht auch nicht, ne? Hä? Ich könnte das jetzt hier so hin machen. Oh, das finde ich auch blöd. Hier macht es Verschmutzung. Aber ich mache es trotzdem. So, die ersten Schafe sind unterwegs. Warte, drei Anwanderer. Ja, die kann ich mir... Das geht. So, Moment. Der dürfte ja gleich fertig sein. Machen wir so. Und dann haben wir da noch mehr von. Und dann geht es vielleicht auch wieder. Mal gucken. Wer weiß. Ich weiß es nicht genau. Wir könnten dann auch zu wenig Kohler haben. Holz eigentlich nicht zu wenig. Holz ist eigentlich gut. Keramik ist knapp. Aber... Geht mehr oder weniger. Naja, und dann mal abwarten. Was jetzt hier so weitestgehend passiert. Kann man hier... Ne, kann man auch nichts machen. Die kostet nur Geld. Ah, das mit dem Werkzeug. Das ist so eine... Das ist so eine Sache, ne? Das ist so eine Sache. Oh, wir könnten noch das kaufen. Aber der Berg, der trägt sich auch nicht ab. Und ich glaube, Land... Flächen dazunehmen kann ich nicht. Da ist halt das Lager hier. Das ist ein bisschen unpassend. Könnten wir da vielleicht... Alles verbieten. Pass mal auf. Wir machen das mal. Wir machen hier mal auf alles verbieten. Dann tragen die das ja eventuell da raus. Weiter im Verbesserungsbaum. Dann holen die das ja alles da raus. Und schleifen das vielleicht hier rüber. In das neue Lager. Und in der Zwischenzeit... Bauen wir noch eine Schafharm. Dahin. Das wäre mir... Ein innerer... Ein innerer Frieden. Wenn ihr das Lager da leer kriegtet. Das kann natürlich sein, dass der Fischer dann... Wobei das Lager für den Fischer wäre ja hier. Da muss man sich jetzt nichts vormachen. Man könnte natürlich dann irgendwo eine Lagerfläche schaffen, wo das... Wo nur gelagert wird, sagen wir mal so. Ja, ja. Da gehen schon die ersten Lager wieder voll. Weiß ich nicht wieso. Wegen den Steinen wahrscheinlich. Haben zu viele Steine. Wir könnten ja mal handeln. Und zwar mit Steinen. Das wäre doch eine Option. Machen wir 360. So. Mal handeln mit das. Und dann handeln wir hier... Nochmal 240. Dann habe ich schon überschaubar viel Steine. Jetzt haben wir nur noch viel Leder. Mal gucken, was daraus wird. Jetzt wird ja noch die Schafharm gebaut. Das wird ein bisschen Leder kosten. Und dann könnten wir eigentlich mal den Schneider aufstellen. Den stellen wir einfach hier hin. Oh, okay. Das kann ich nicht bauen, weil ich dafür Eisen brauche, wenn ich das richtig sehe. Okay. Hier hätten wir Platz für eine Kohlemine. Warte, der Rücken der Mine muss an einem Gebirge grenzen. Das kriege ich hin. Vielleicht nicht mehr heute, aber... Ja, ich weiß, dass das Haus zu weit entfernt ist. Das machen wir jetzt so. Und so. Ne, so machen wir das sicherlich nicht. Das machen wir ganz sicherlich nicht so. Und dann machen wir das Haus mal hier hin. Dann brauchen wir eine Brücke. Und jetzt überlege ich gerade. Warte mal, wir sind hier. Dann machen wir die Brücke. Ach. Einwanderer 3. Ja, die nehme ich. Die nehme ich. So. Jetzt können wir... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.